moin moin liebe leute und herzlich willkommen auf hilos tv eine weitere episode unseres unseres let's play formates let's play together the forest in leichten sprechdurchfall ist so lange her natürlich wie immer mit dabei der kleine kodiak und wir sind natürlich gerade eigentlich sind wir gerade auf dem weg richtung höhle wir wollen uns mein gott die frist aber eine ganze menge headshot leute das ist der profi das war noch mal von vorne also wir sind eigentlich auf dem weg zur richtung höhle wollen uns das taucherequipment holen danke noch mal für diesen tipp sheriff dass man eigentlich war der planer das erste projekt was wir jetzt angeben wollen in krater erforschen aber da brauchen wo die tauchausrüstung dementsprechend da muss man hier nicht immer den kopf abbauen hat sie doch uns empfohlen ja keine ahnung nicht ja da ist doch der kopf ja wir sind auf dem weg zur höhle wie gesagt taucherausrüstung ich weiß nur so vielmehr daumen wo die ungefähr sein muss deswegen kann das sein dass wir ein bisschen länger unterwegs sind aber hey irgendwas ist ja immer ich hoffe mal dass wir noch ein paar von diesen dicken zombies finden damit wir noch mal unsere panzer auch ein bisschen aufbessern können ein bisschen auf mobilen können jetzt auf die map kommen okay jetzt ein bisschen mehr nach osten laufen ich weiß jetzt zwar nicht wo osten ist aber wenn er mal den kompass anschmeißen naja passt schon passt schon passt schon ich krieg das hin ich krieg das hin vertraut mir meint aber dann noch schon nach westen wahrscheinlich eher oder ja ich weiß natürlich nach westen klar aber ist ja klar gewesen du weißt ja was ich meinte ich wollte noch mal gucken ob du drauf passt natürlich so das sieht doch schon mal ganz gut aus die bäume hier kenne ich hier war ich immer schon mal ja hier ist auch eine runde mit einer von den mutanten bitches richtig gut und ich jetzt hier mal guck mal auf die map ja könnte schon nicht schlecht sein aber ich habe ehrlich gesagt keine ahnung ist mir auch noch ein stückchen weiter dass der koffer nein denn die höhle höhle nicht koffer ja aber da sind vielleicht pfeile drin und kleber und batterie ich habe noch mal auf die map geguckt also wir sind nicht allzu weit von der höhle entfernt die muss hier irgendwo dass sie hier sein orientierung wir uns mal hier das ist gut das ist gut den kenne ich müsste man eigentlich hier irgendwo kann sein dass es da vorne eventuell sogar schon ist wenn ich mich jetzt nicht total irre höhle das ist auf jeden fall ein schlitz glaube ich ja gut dann gehen wir erst mal ein stück nach süden das essen der kampf hat mich ja das stimmt ich bin auch schon wieder hungrig da leckeren stockfisch essen ja köstlich deliziös ja der expeditionsführer hat wieder keinen plan wo wir sind glaube ich doch 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 alles gut ich bin ich habe alles unter kontrolle hier müsste man theoretisch nach süden laufen hier muss man theoretisch ein loch buddeln und dann ist man schon da sie muss direkt vor uns also eigentlich ist ja alles in ordnung hier muss eigentlich muss die höhle hier sein weißt du was ist das dann eher von spalt oder ist das wieder ein spalt wenn er ist ein spalt ja dann ist doch die feld waren vielleicht gar nicht mal so schlecht muss eigentlich muss das hier sein dass wir abchecken hier die komische feld waren ich habe hier keine ich gehe mal oben gucken was sagt er die map will ich noch mal ein stück weiter richtung westen laufen ich liebe dieses arbeit mit profis ja vielleicht hätten wir die auch noch erst starten sollen wenn wir da sind aber ich habe alles unter kontrolle also ihr braucht euch überhaupt keine gedanken machen ein orientierungssinn ist legendär wie ein stein legendär wie ich auch schon mal gesagt habe an anderer stelle ich ist der tag um und wir haben die höhle immer noch nicht das sieht gut aus das sieht das sieht gut aus das ist doch kein spalt nein das ist doch die falsche was ist denn hier los das ist ja der andere eingangs in die höhle hier gibt es eigentlich keinen weiteren eingang ich weiß gar nicht warum hier überhaupt so ein komisches höhlen ding hier ist oder es ist vielleicht doch eine andere wir haben wir drauf gucken ja das ist tatsächlich müssen hier in die richtung hier hier muss die höhle eigentlich irgendwo sein ach guck guck das sieht gut aus da ist die gut aus ja das ist ja das ist easy sei ich da nur easy ja was ist jetzt hier ja hier müssen wir rein kannst du dich da rein quetschen dicker ne ich passt ja nicht durch ja dann war ich das alleine hier neuer eintrag auf deiner to do liste erst mal licht anmachen hier was ist denn das für neuer eintrag geworden naja eintrag auch zu singen die sind schwerer arm und beine entschuldigung sind nur arme ja ja stoff hallo hallo aber ein besucher hier oder das hätte schon gut nachmachen ne na wo denn oben unten oh da kommt er da ist er gedaunt da ist noch einer irgendwo glaube ich noch einer glaub ich komischer top auf dem stuhl ist mit dem kopf verpacken schade was soll mit dem sein der ist müde und schläft du idiot ne da reingeklappt ne da reingeklappt in den kopf die hohe wje kre92 hier hängt schon wieder einer geld 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 geldxe das erste beinchen das war nur noch ein beinchen nur für mich da ich bin leider voll ich kann sagen kurz gucken ob ich noch einen sprengsatz bauen kann die ist über den sprengsätzen selber neben der kassette unter dem erfolg versteckt oder wo ist das tape rechts neben dem unter dem baum baumharz ich habe jetzt noch mal zwei sprengsätze gebaut ich wollte gerade sagen wir gehen jetzt erstmal weiter hier ist ein bild ist noch geld wo bist du jetzt langgegangen ich hab hier hier siehst mich doch ja ein flaschen brillant richtung tauchausrüstung ist das im gefühl ist das das ist ja nur der unterleib von der frau ist meister kommt der bewegt sich ja noch wer stimmt denn da so komisch ich nicht hier geht es noch mal runter aber das würde ich sagen verschieben auch später müssen hierunter ja aber hier ist geht es doch noch weiter ich komme nicht weg ja jetzt weiß man wie ich mich immer fühle wenn ich durch den spalt muss was ist denn hier noch hier ist noch dynamit noch mehr dynamit dann muss ich mal hier kurz die wand einreißen das spiel ist mir zu pervers ja dann müssen wir wohl darunter das war ja weiter weiter rutscher hier geht es noch mal runter tschüss das geräusch das kann das spiel ganz alleine ja aber ich kann es besser ja da kannst jetzt seine mutter mit aufstehen aber mich nicht mehr da ist doch schon der guckt immer an hier der ist ganz komisch gestorben ist mit dem es schreit ja eigentlich nach das ist doch mal hier durch tauchen oder ich habe angst so ich habe angezogen man sieht ja mega viel gibt es ja auch eine taucherbrille ja ich muss mal gucken ob ich noch eine taucherbrille nur an tory habe das finde ich ein bisschen doof jetzt gerade hier das ist doch keine taucherbrille dabei ich sehe keine taucherbrille was ist denn hier los ich denke es gibt keine taucherbrille wo findet man da bitte sehr eine tauchflasche ohne taucherbrille was ist denn das für ein blödsinn ich würde mich jetzt hier verarschen ja die rede war auch nur von taucherausrüsten aber also taucherausrüsten möchte ich ja jetzt bin ich schon wieder ja ich schwimme jetzt hier durch es wäre jetzt zu blöd hier ok ok neopräneanzug wäre auch ganz cool was neopräne neopräneanzug ich bin nämlich mal richtig schön den arsch ab ja einfach mund auf machen mein gott ist richtig ich glaube ich sehe Licht ich glaube ich sehe Licht ich bin hier ich glaube ich sehe Licht ich bin hier ich bin hier hier sind schon mal diese Baby Baby Freaks machen wir ein Feuer für uns da Baby Freaks und down Oh wird zu nahem Wasser gebaut Wow die Spezialist ey Ich gehe nochmal einen neuen Versuch Sehr gut ein bisschen kalt hier gut jetzt sind wir hier in der höhle drin schön erstmal den fuß grölen lecker ist zu trinken oder hier ist noch eine druckluftflasche gewesen lecker schmecker lecker 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 gibt es jetzt auch nicht so viel jetzt in der weiteren oder was das ich gucke jetzt gerade mal aber ich glaube wir müssen noch irgendwo anders sind brauchen wahrscheinlich noch nicht der ausgang zu sollen also ich würde jetzt mal weiter richtung 9 uhr tauchen würde ich sagen im kurs sind nur ich schon weiter wir können uns auch mal gucken dass wir den wärmeranzug eventuell mal herstellen ich bezweifle zwar dass der im wasser allzu viel bringt aber schön kalt hier hier ist noch eine druckluftflasche und noch eine wir brauchen hier ein feuerchen ich bin das money da reinschmeißen ich habe meine kaffeetasse abgestellten hier bei den städten die kammer des schleckens ist das schreckend da sitzt einer oder ist das ein toter eine ganze menge tote was ist denn mit denen hier los ok insekte hier also ich muss ja sagen diese komischen mutanten typen die sind für humor das ist ein zeltler unterirdisches zeltlager wer kennt es nicht wer war nicht damals im feriencamp in der höhle irgendwo am arsch der welt beneath the limestone hier sind noch mal ein paar seile hier ist noch mal eine druckluftflasche hier ist noch eine rostige axt hier ist ja alles ich habe eine bibel ja endlich jetzt wird alles sehr gut wow 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 was an die bühne von flotten hast du die rostige axte genommen wir müssen die hier nicht so viel hier ist noch so ein komisches ist dieses komische körpervieh als bild äh dieses fuß diese fußtroller ich weiß nicht wie die heißt äh so 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 hasenfellstiefel ach fehlen wir noch ist noch ein hasenfell dabei äh ne ich habe gar kein feld dabei ok hier ist noch eine druckluftflasche ey du bist ja auch voll puh dann äh da auch noch w viu dann geht es wahrscheinlich wieder ein bisschen richtung wasser tauchen blub��ub blub müsola ich bin da mal weg nachts acht tief runter ich habe nicht geputzt ich kann gerade ein komisches geräusch ich glaube die bibeln die hier im wasser rumschwimmen sind die markierungs steine ist das schlecht gemacht da sind wir wieder da würde ich sagen klettern wir mal nachdem wir hier noch mal kurz alles abgesucht haben direkt wieder nach oben da hier gibt es sechs mehr dann aber für tschüss doch irgendwas die aktualisiert gerade ja guck mal kurz flosche ich denke das ist das was wir geschafft haben rippie schon kalt ist die ausdauer weg aber ist noch ab ist noch zocken wie es kalt kannst du mein feuerchen das glück doch hier ist ein feuerchen hast glück ab ok ich glaube das ist die hütte wo wir wo wir unsere base neben stehen wenn ich das gerade richtig gesehen habe kann man die dinge auch noch mal irgendwo einsehen ich glaube die sind nämlich nachher auch noch ganz schön entscheidend entscheidend ok wir sind wieder warm und wir sind wieder am start nö nicht nochmal und das ist doch kacke hier wir sind den ganzen tag am tauchen oder es ist auch nicht schön jedes mal irgendwo ein feuerchen aufgestellt aber sich immer kurz aufwärmen kann aber dafür ist noch die taucher ausrüstung das ja aber nicht dass man hier eine stunde durch die gegend taucht hier ist kalt und du bist das bauernfeuer um dich zu werben ich habe so das gefühl dass es hier jetzt gerade nicht so ganz der bringer ist okay hier ist eine gagsasse 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 äh ok äh ok äh ok äh ok das ist ja gar nicht so nur ein kopf da ist nicht so gut ich sehe mir die richtige richtung ohne kopf 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 tja das kann ja so jetzt nicht also ich muss ja das gute ist ja die zeit ist um wir haben die tauchausrüstung und wie es weitergeht jetzt in der nächsten folge würde ich sagen ich habe jetzt keine ahnung was daran gut sein soll aber okay auf wiedersehen falls euch gefallen hat lasst gerne ein kostenloses abo natürlich da falls ihr den kodiak weiter schwimmen sehen wollt dann schaltet doch beim nächsten mal wieder ein beim nächsten mal wollen wir auf jeden fall den krater erforschen also falls ihr nichts verpassen wollt blog aktivieren und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin